Heute zeige ich für den Botaniker, den muss ich aufsteigen, etwas Interessantes, diese Exuperanzen, diese Auswüchse auf den Blättern, auf der Oberfläche hauptsächlich, verteilt, versteht der Blätter. Und diese wunderschöne, schattenspendende Linde, die es ist, eine Vollblüte ist. Und wir haben gerade eine Messe abgehalten und die Allmächtige Gottheit verehrt und gewürdigt und um Erbarmen gebeten, verstehst du? Also zu bitten um das Erbarmen der Allmächtigen Gottheit. Dazu komme ich immer her. Und heute ist die Sekra Alpen, sind ein bisschen schwül und draußen ist angesagt ein Oldtimer-Rennen. Ich hoffe, dass ich es noch nicht versäumt habe, dann sieht man draußen dann ganz alte Autos, wie sie früher verwendet wurden. Wir hatten damals kein Auto, wir hatten nur eine MV 50 Kubikzentimeter, ein Kleinmotorrad, waren aber auch schon die Höchsten damals. Also der General war damals dankbar, weil er eine 50 Kubik fahren durfte. Und nur ab und zu stieg er in den Jeep oder dann in den Helikopter.